Hallo und herzlich willkommen bei einer Weigerefolge Anno 1800. So. Zwei im Worte. Ja, das läuft. Geht auf jeden Fall. Also das habe ich jetzt mal ausgebaut. Ja. Und hier können wir die Phase beginnen. Wollen wir mal gucken. Ja, lassen wir erst mal die Phase. Ähm, genug Rohstoffe haben wir auf jeden Fall erst mal. Und so. Jetzt gucken wir mal hier. So. Das Dynamitgeschäft des Sprengmeisters befindet sich im kahlen Gebiet, unweit von Edwards Bretterproduktion. Das steht aber nicht da drin, oder? Also, warte mal. Suchen Sie nach dem Sprengstoffgeschäft des Sprengmeisters. Ich habe nichts gesagt, gell. Ähm. Ich muss mal so anmerken. Äh. Ne. Kann ja überhaupt kaum nicht sein. Ha. Meine Fresse. Sprengstoffgeschäft. Ich suche die ganze Zeit eine Person. Und da ist es ein irgendein Ding hier. Äh. Wartet, wartet, wartet. Mr. Ticker hat jahrelange Erfahrung mit Sprengungen. Wir müssen ihn für uns gewinnen. Ja. Ja, Schwester. Ja. Alles gut. Hannah. Es ist alles easy. Ja. Nein, das Dach seines Geschäftes ist so rot wie Dynamite selbst. Okay. Neh mal Dynamite-Shop. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schluckt zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wong Ways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also. Die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter. Ist er noch viel zu milde? Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin. Mitglied des Rates. Er... Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werden. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden. Sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig. Wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Na komm. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Entdeckt die gesamte Verschwörung am 16. April auf. Bestellte jetzt vor. Das exklusive Imperium-Paket zu erhalten. Okay, Freunde. Ja, hätte ich vorher drauf geachtet. Wäre es super gewesen. Damit haben wir das erstmal soweit abgeschlossen. Ja, also bin begeistert. Auf jeden Fall. Ich finde die Kampagne gar nicht mal so schlecht. Haben wir jetzt natürlich abgearbeitet. Die 5 Minuten lasse ich jetzt als extra Video laufen. Sage ich jetzt mal. Oder 10 Minuten. Je nachdem. Ich habe es mir natürlich vorbestellt. Direkt bei Ubisoft Shop. Denkt an eure Jubiläepunkte. Da könnt ihr nochmal einen Gutschein einlösen. Ja, also wer 100. Wer glaube 100. Jubiläepunkte einlöst. Kriegt einen 20% Gutschein auf den nächsten Kauf. Habe ich genauso gemacht. Habe mir die Deluxe Edition geholt. Ja. Und habe nur 55 Euro bezahlt. Also knapp mal 14 Euro gespart. Je nachdem. Gut Freunde. Dann haben wir das erstmal soweit abgeschlossen. Das Knacken ist nicht von... Ja, ne. Äh, ja. Das ist glaube ich mehr... Werbung, oder? Ja. Muss keiner sehen. Nein. Passieren. Also ich habe jetzt 104 Punkte. Ja, das ist richtig. Ja. Äh, waren wir mehr. Ich habe mal für Assassin's Creed oder so ausgegeben. Ja. Ja. so ja okay das knacken ich weiß nicht unbedingt das wird also ich habe hier ein komplettes knapp gut dann haben wir die kampagne erst mal so weit abgeschlossen dann denke ich war es erst mal so weit mit der aufnahme und wir starten die kampagne natürlich wenn sie rauskommt von 9 bedeutet einfach wir sehen uns jetzt erst mal am 16 wieder das video kommt eine viertelstunde später also ich mache das so 15 minuten und dann kommt das sieben minuten video und daher mein fazit ist auf jeden fall was wir bei der kampagne erst mal so als vorschau geboten haben ist auf jeden fall cool ich finde hat eine gewisse spannung ja auch wenn es der böse onkel mit dabei ist ja okay finde ich auf jeden fall eine schöne storyline da muss man mal sehen wie es dann natürlich weitergeht bin ich natürlich auf jeden fall gespannt wird ich natürlich würde ich natürlich dann auch machen ja ansonsten müssen wir mal gucken wie man weiterverfahren ja bis die tage wir sehen uns wieder macht das gut ciao das war erst mal kleiner einblick in die kampagne von anno 1800 freunde küsschen aufs nüßchen macht's gut